Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute geht es um Partikeleffekte. Wäre es nicht wunderschön, wenn wir hier noch ein kleines bisschen Regen oder Schnee oder sowas hätten? Ich würde mich darüber freuen. Und genau deswegen machen wir genau das jetzt auch. Wir erstellen uns ein paar Partikel. Ich habe dazu schon mal ein Bild zu einem Partikel runtergeladen. Wie gesagt, Pixar bei Regel oder einfach ein bisschen Photoshop oder Gimpskills. Das ist wirklich kein aufwendiges Bild hier. Das ist einfach ein sehr billiges Partikel. Und die kann man natürlich auch so gestalten, wie man sie möchte. Das heißt, ihr könnt hier relativ frei damit umgehen, was ihr hier für Partikel haben wollt. Ihr könnt natürlich auch Schnee regen oder Feuer regen oder wie auch immer. Fühlt euch frei zu tun, was auch immer ihr wollt. Und ja, die Lip müssen wir heute auch nicht anfassen. Das ist das Tolle daran. Wir verändern einfach nur in unserer Main 2.js ein wenig was. So, als allererstes müssen wir natürlich irgendwie Partikel erstellen. Und das machen wir hier unten. So, zunächst einmal für Partikel brauchen wir eine sogenannte Geometry. Das ist einfach eine leere Geometry, also quasi ein leeres Feld. Und ja, das kreieren wir hier. Wobei, nennen wir es einfach mal Partikel oder Partikel, Ups, Partikel System. So, das ist quasi unser leeres Partikelsystem. Ja, und das bekommen wir über 3.geometry. So, und Klammer, Klammer, Semikolon nicht vergessen. Und anschließend müssen wir natürlich unseren Partikel irgendwie das Aussehen geben. So, jetzt ist natürlich eure Frage, wie zur Hölle soll ich den Partikeln ein Aussehen geben? Naja, Partikel sind erstmal nur klein und sind da halt da. Das heißt, wir können hier das ganze Ding erstmal wirklich statisch programmieren. Also so, dass sich die Partikel erstmal nicht bewegen. Wir nennen das wie immer matt natürlich. Und sagen hier 3. Und jetzt sind Partikel eigentlich bloß kleine Punkte. Ja, das heißt, wir definieren die oder wir gestalten die auch als Punkte über ein Points Material. So, und ja, dieses Points Material nimmt jetzt einige Parameter an. Zum einen mal eine Farbe, Color, die wir durch unser Partikel ja auch schon ein bisschen vorgegeben haben. Und zwar ist die komplett weiß, 255, 255, 255. Und dann die Größe unseres Partikels, die setzen wir auf 0,5. Weil Partikel sind grundsätzlich sehr, sehr klein. Okay. Und dann wollen wir natürlich noch unserem Partikel ein Aussehen geben. Und das ist genau diese Textur, die wir hier von unserem Partikel haben. Also bisher eigentlich wenig Neues hier. Das heißt, wir sagen, wir wollen eine Map haben. Und die bekommen wir über 3.textureLoader, wie üblich, eigentlich auch wieder ein Punkt, Load, Klammer auf. So, und wir haben das ganze Ding in, ähm, Achtung, wir kopieren einfach hier den relativen Pfad mal wieder. Copy Relative Path. So, ähm, und schon sind wir hier fertig. Anschließend wollen wir auch noch, dass das Ding transparent wird. Also transparent setzen wir auf True. Denn wir wollen ja, dass die nicht komplett durchlässig sind. Also, nochmal ganz kurz hier zurück zu dem Bild. Das ist schwarz hier an der Seite. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass schwarz quasi durchsichtig ist. Ähm, und deswegen sagen wir hier, wir machen kein normales Blending, sondern wir machen sogenanntes additives Blending. Ja, ähm, 3.additiveblending. Und so kann man mit Partikeln sehr, sehr schöne Sachen machen. So, und die Tiefe, die können wir auch rausschmeißen. Das heißt, wir sagen hier Depth Right, ups, Right, Fault. Ähm, und das führt einfach dazu, dass Partikel keine Tiefe haben. Partikel brauchen auch keine Tiefe, weil sie fliegen normalerweise einmal ganz kurz an euch vorbei. Damit könnt ihr übrigens auch wunderbaren Himmel erstellen. Werdet ihr gleich sehen, warum das so ist. Ähm, ja. Und jetzt lasst uns mal einige Partikel erstellen. Und mit einige meine ich viele. Denn, ja, lasst uns mal ausprobieren, wie viele wir hier tatsächlich machen können. Ähm, wisst ihr was? Ja, doch, wir machen das hier direkt. Partikel Amount ist gleich 50.000 Partikel. So, bin mal gespannt, wie voll das ganze Ding dann am Ende wird. Vielleicht müssen wir sogar auf 100.000 hoch, denke ich mal. Ähm, und ja, was wir jetzt hier noch machen ist, wir brauchen... Ähm, äh, Quatsch, wir generieren uns diese Partikel hier mit einer Vorschleife, weil wir, wie gesagt, 50.000 Partikel haben und ich will die nicht alle von Hand generieren. Ähm, also vor... äh, oder var i ist gleich 0. Solange i kleiner als die Partikel Amount ist, also die Menge an Partikeln, ähm, zählen wir einfach ganz normal hoch. Und anschließend sagen wir hier, okay, wir brauchen Positionen für unsere Partikel. So, ähm, jetzt generieren wir unsere Partikel einfach tatsächlich als normalen Punkt, also als Free Punkt Vektor, Ups, Vektor Free. Und hier rein brauchen wir jetzt die drei Positionen X, Y und Z. So, und die generieren wir jetzt einfach über Zufall. Das heißt, wir sagen hier tatsächlich Maßpunkt Random dazu. Maßpunkt Random wird euch eine Zahl zwischen 0 und 1 generieren, ja. Das heißt, was wir jetzt machen ist im Endeffekt, wir wollen, ähm, 100 in X-Richtung nach rechts gehen und 100 in X-Richtung nach links gehen. Das für jede dieser drei Koordinaten. Das heißt, ähm, wir wollen hier tatsächlich, ähm, dreimal dieses Random ausführen, eben für X, Y und Z natürlich. Und wir wollen, ähm, das Ganze, wir wollen nicht zwischen 0 und 1 liegen, sondern wir wollen zwischen minus 100 und plus 100 liegen. Das heißt, wir machen hier mal 200 minus 100. So, ähm, dann kommen wir durchschnittlich bei 0 raus, ähm, aber wir gehen von minus 100, wenn 0 rausgekommen ist bei Maßpunkt Random, bis plus 100, wenn eben 1 rausgekommen ist, weil 200 minus 100 ist 100. Okay. So, und das können wir jetzt einfach hier komplett so kopieren. Komma und nochmal. So, äh, und hier machen wir mal hier ein bisschen Platz. Okay, jetzt haben wir quasi drei zufällige Vektoren für unser Partikel. Wir haben einen Vektor 3. Jetzt müssen wir das Ding nur noch in unser Partikelsystem reinpushen. Das heißt tatsächlich auch so, ähm, man pusht das Ding ins Partikelsystem. Und zwar in die, äh, Vertices, äh, Vertices Punkt Push. So, das heißt, danach haben wir eine große Geometrie, und zwar unser, unser Partikelsystem und das enthält einfach sehr viele Partikel. Und zwar pushen wir hier einfach das Partikel rein. Äh, paar, paar, Partikel. So. Okay. Und ja, jetzt haben wir unser Partikelsystem eigentlich schon fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch unser, ähm, äh, unsere fertigen Partikel sozusagen rendern und darstellen. Das heißt, wir sagen hier Particles. Ich nenne das Ding jetzt einfach Partikel, ähm, new3.points, also Points mit Plural, mit S, ähm, und das bauen wir aus, naja, war es wohl, unserem Partikelsystem und unserem Partikel-Material-Matte. Hier. So. Und das fügen wir jetzt einfach der Szene hinzu. Scene.add.particles. So. Und ich hab mich mal wieder verschrieben. Ich hab das natürlich kurz mal getestet. Points-Material schreibt man natürlich wieder mein großes M. Und wenn wir das jetzt starten, sieht das so aus. Seht das nicht herrlich aus. Es sieht so schön aus, wenn man diese ganzen Partikel hat. Und es sind einfach so viele. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt die wirklich nur oben. Ja, dann sieht das aus, als wären das Sterne. So sieht es ein bisschen aus, als wären Schneeflocken, die gerade halt nicht runterfliegen. Und genau das war ja auch eigentlich meine Intention. Ich wollte Schneeflocken, die noch nicht am Runterfliegen sind. Denn das Runterfliegen, das machen wir im nächsten Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim selber ein bisschen ausprobieren. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.